Also, Minimum 2, Minimum 2. Damit wir auch irgendwas abschließen können. Okay, Leute. Ich lese euch mal vor. Sei mal still, du, auf deinen billigen Kadettenplätzen hier. So, Teambesprechung. Ich habe hier einen Planeten, der heißt Martale. Oder... Du hast gar nichts zu sagen. Das spreche ich mit den anderen ab. Dann habe ich hier einen, der heißt Elsirpas. Wernenwels. Aber ich will bitte auch auf 2. Menken. Habt ihr gehört? Ihr müsst euch was aussuchen, ne? Menken. Menken? Menkent. Ja. Sieht aber optisch nicht so hübsch aus, ne? Egal. Menken. Okay. Uh, Short Bay. Grün und hübsch. Okay, aber du hast die Dingsmuskel. Wenn du mich fragst... Nein, ich such das gerade. Ich habe ihn nur verloren. Okay, ich habe ihn. Nein. Das ist der. Zählen! Oh! Also, wir machen 2. Leicht. Ey, ey, ey. Dann noch mal 2. Was bist du denn so bockelig? Das geht doch nur zum Pestfall. Nein, 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 nein. Bin ich bocklig. Okay. Ne 2. Aber dann ein schöner Eisplanet. Eisplanet. Sind wir dann immer eingefroren oder was? Auf gar keinen Fall. Nein. Guckt mal, guckt mal nach draußen. Die Persionsgruppenlaken festgelegt. Ich gucke. Ah, wir werden abgeschossen. Lass uns woanders hinfahren. Hier ist Kacke. Ich will mein Schiff nicht verlieren. Was ist das denn für eine Scheiße? Let's go! Ich möchte mein Schiff nicht verlieren. Stop it! Let's go! Let's go! Let's go! Maybe it is, maybe it is. Wohin? Vielleicht hier unten, weil dann können wir da schon mal mit dem Nest anfangen. Okay. Also das rote, was da leuchtet, ist ein Nest. Warte, das können keine Nester sein. Wir sind doch hier jetzt... Aha. Ja, es ist doch jetzt keine Käfer mehr. Ja, dann ist es was anderes. Okay, was habe ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Nimm Zeug mit, probiert Sachen aus. Soll ich nehm'n Jetpack mit? Äh, wartet mal, ich muss noch aufs Klo. Nein. Ich hab was Schönes ausgewählt. Dies und jenes und das. Ich hab ne neue Waffe, ne komplett neue. Schaut euch die mal an. Okay. So ein Blitz. Oh, okay. 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 Ich glaube, wir sind bereit. Ich glaube, wir sind bereit zu töten. Wir sind bereit zu murksen. Bereit. Wir sind bereit, sobald Tim am Start ist. Ich hab mal was, ich war abgefahrene Sachen dabei, Herr. Hm. Anti-Panzer-Meme. Ja. Nice. Ich erinnere mich, dass du irgendwas mal so beiläufig erwähnt hast, dass das gut für Bots ist. Was du selber schuld, wenn du nicht die Klappe halten kannst, Marco. Du selber schuld. Und Mörser. Wenn ich nämlich schon vorbereite. Ne, ich hab nicht Mörser ausgewählt. Raketen, oder? Nee, das ist ein Mörser, glaub ich. Echt? Oh, dann hab ich mich, nee, hab ich mich vermählt. Ich wollte Raketen haben. Ich hab, bin wir da. Okay. Schaut mal, ich hab ne neue Waffe dabei. Oh, Eistadet mit Effekt ist meistens Schneesturm mit schlechter Sicht und Laserrafen kühlen schnell ab. Sag mal, der soll das nicht verraten. Wird hier nicht gebackseated. Du sollst nicht wegziehen, bitte. Danke. Du sollst nicht selber rausfinden. Aber liebe Grüße. Liebe Grüße. Aber shut up. Wir wollen selber spielen. Dankeschön. Als Dankeschön gibt's Entertaining für dich. Heute im Großpaket. 20% mehr Inhalt. Für 12,99 Euro. Pro Sekunde. Schlagen Sie zu. Und werden Sie Mitglied einer unglaublichen Sekte. Dankeschön. Für die Demokratie. Bup, bup, bup. Oh, wie hübsch ist denn der Planeto. Oh. Ich hab doch gesagt, der ist schön. Oh, der ist so, oh. Zeigstück aller Menschenkinder liegt in ihrer Hand. Lassen Sie sie nicht im Stich. Ah, du, 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 du. So, machen wir hier ein Geschenk drauf. Ja, bitte geschützt. Ja, das tut gar nicht an. Was denn? Ich hab da was reingeworfen. Da waren Leute. Du hast meinen Täter abtum. Wer schmeißt denn das Napalm-Dinke hin? Oh. What the fuck? Alter. Wum. War ich das? Ja. Ich wollte eigentlich meine Waffe runterholen. Hab ich mich verguckt. Dankeschön. Ich hab mich verguckt. Ich dachte, das wäre meine Falle. Meine, meine Waffe. Ich, ich bin mitgestorben. Ich wollte nur meine neue Waffe holen. Ich bin nie wieder neben dir. Ich wollte meine neue Waffe holen. Ich glaub, ich hab die nicht geholt. Oh ja. Tatsächlich. Ich war das. Ich hab das wirklich geholt. Ja, das wird auch made once. Entschuldigung. Ich wollte meine, wollte mir meine neue Waffe angucken. Hier, schaut mal. Hier. Da. Du, du. Ich kann jetzt nicht schießen. Ich will nicht auf dich schießen. Jetzt haben wir irgendwie Lust drauf abzudrücken. Nein. Das war ein Versehen. Ja, das wird auch ein Versehen sein. Das wollte ich nicht. Wo müssen wir denn hin? Wie hübsch das hier ausschaut. Aber ich hab gar keinen Geschmack. Oh, äh. Roboter, Roboter. Leute, Roboter. Uh. Hä? Wie funktioniert denn mein Gewehr? Ah. Au, die schießen zurück. Nee, das war ich. Ich weiß jetzt, wie mein Gewehr funktioniert. Pass mal auf. So. Achtung. Wo ist einer? Da. Bam. Ist das doch ein Tesla-Tuch? Nee, das bin ich doch nicht. Das hat mir so viel reichweil. Ach so. Neues Magazin. Tja, hübsch. Unendlich Muni. Ah, cool. Ja, ja. Okay, wo seid ihr denn? Hab ich euch verloren? Ah. So, wo gehen wir hin? So, was ist der Plan? Äh, so. Weiß ich auch nicht. Wir können ja rechts die, genau, die... ...Nester abklappen. Okay. 200 B, das ist ja richtig nah dran. Ja, wir sind doch bei diesem roten Ding da gespawnt, ne? Ja, das war schon kaputt. Ich weiß, ich finde das irgendwie krass gerade. Das ist jetzt gerade Stufe 2. Ja. Ja, heftig. Ich kann mir die Planeten angucken. Was zur Hölle? Was ist denn, was ist denn? Der hat sich tot, der muss ich... Oh, ist das denn hier? Das ist ja auch schon weg. Das hat sich gerade aufgemacht. Was denn? Oh, okay. Oh, guck mal, da ist eine Ölraffinerie oder irgendwas. Oh ja. Oh nein, müssen wir dieses Morkite da dinken. Morkite! Ist ja hier... Ey, ich bin das nicht gewohnt, hier so zu chillen, ne? Ich weiß ja nicht. Beschütz unterwegs. Einfach Sachen weit reinwerfen, oder? Vorsicht! Zurück, 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 zurück. Der Turm schießt da durch die Lücke. Passt auf. Ich hab dich gespritzt. Dankeschön. Okay, der Luftschlussangriff macht da nichts. Das ist immer noch am Schießen. Ja, das ist... Ja. Jetzt ist es vorbei, ja. Oh, die sind von oben runtergekommen. Alter, was passiert da gerade? Ich gehe ein bisschen zurück, Leute. Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst jetzt, das Ding zu holen. Ich schenk mal eine Hauptwaffe. Das wird das Gebäude zerstören, ja. Coole Waffe. Ich kann auch einfach eine Puppe auf, wie sie steht. Ja, cool, ne? Ja, ja. Hübsch, ne? Ich stelle... Das hat auch unendliche Munition. Oh, ich hatte Truppler getötet. Ich nenne sie, ähm... Also, Entschuldigung, Chris, äh... Warte, ich hole dich. Nee, warte. Vordere Verstärkung hat. Okay, jetzt. Okay. Ich laufe da mal so ein bisschen rein, ne? Ich gucke mal, was hier so ist. Kann ich das hier, äh... Ah, schade. So, kann man hier irgendeine Granate reinschmeißen? So, kann man hier irgendeine Granate reinschmeißen? Hm, hm. Ähm, wenn du schießt. Irgendwann überhitzt das, dann musst du nachhören. Kommt irgendwas raus die ganze Zeit. Oh, what? Ups, sorry. Was war das? Das war Tim. Tim hat Granaten auf. Verstärkung! Du bist ja auch einer, Tim, ne? Du bist ja auch einer. Das ist Level 2. Wir haben Level 10 geschafft. Ja, das ist Tim. Raufgeschmeißen. Aus. War das das, war das so richtig? Ja. Da muss ich umbringen und dann da drauf spawnen. Genau, das ist der einzige Weg, wie man das kaputt machen kann. Okay, cool. Ich höre was, ich höre was. Das ist ein Granatwerfer. Ich habe jetzt eine neue Warfer. Oh, das ist eine Tesla-Turm. Oh, was? Au, au! Warum? Das ist ein Tesla-Turm. Hä, wo? Ich bin jetzt von der Tesla-Turm gestorben. Ja, ich auch. Ja, gut. Wir haben noch nicht mehr so viele. Hilf. Leben. Äh, ich habe jetzt mal eine klasse Waffe verloren. Ja, ich habe auch alle meine Sachen verloren. Ich schmeiß da mal... Sind wir denn gestorben? Da hinten irgendwo. Reicht das? Und außen, außen, außen. Ich schmecke eine andere rein. Ey, wir schaffen das nicht. Das ist zu hardcore, Leute. Geht mal weg von hier. Ein bisschen weiter. Geht mal nicht mehr. Oh, ja. 500. Ja, ja. Stopp. Zurück, 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 zurück. Da sind Mine kaputt. Oh, what? Kann man da draufsteigen? Sind das Fremde-Minen? Ich habe meine Mine noch nicht geworfen, oder? Ja? Nee, das ist nicht unsere. Ah, okay. Dann gehe ich da nicht drauf. Ja, bitte geschützt! Äh, da fliegt irgendwas über uns zu. Wie über uns. Aber irgendwie hat die 500... Das ist so eine Rettungsflacke. Aber meine neue Waffe liegt da noch, Leute. Oh, hinter uns. Hinter uns. Uh, sie haben eine Kettensäge als Arm. Oh, cool. Ist ja witzig. Oh, es ist gar nicht so weit weg. Der Napalm. Der Napalm. Bei uns. 40 Meter nur. Okay. Ja doch, das passt. Okay, ich höre ab. Achtung, links ist auch Napalm jetzt, ne? Also Tim, Tim, du bist close. Aber kriegen wir diese Fabrik da vorne noch kaputt? Ich sehe nichts mehr. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir rennen da jetzt gleich mal lang. Wo kommen denn? Wir können ja unten rum. Wir können ja unten rum. Ja. Wir sind ja noch ein Granatwerfer. Oh, ja. Oh, ja. Perfekt. Hier liegt euer Zeug. Hier liegt euer Zeug. Warte. Oh nein. Der Tesla-Turm ist weg. Okay. Hier sind unsere Sachen. Natürlich ist der Tesla-Turm weg. Ja, ja. Mein Tesla-Turm. Sehr schön. Guck mal. Hier sind aber auch ganz viele Torte Roboter. Ah, das ist ein Höllenplanet. Schön. Hast du ausgesucht. Wie ein Höllenplanet. Das ist ein Höllenplanet. Ja. Ein roter? Feuer-Tornado-Warnung oben. Nö. Echt? Lieb. Geh mal, das hast du ausgewählt. Du hast es ausgewählt, Tim. Du. Magazin leer. Gut gemacht, ne? Wieb. Muss man eine Granate reinwerfen, wenn da jemand rauskommt? Ich lass euch das mal selber rausfinden. Das hab ich ja auch schon gedacht. Deswegen hab ich die Granate auch vorher geworfen, als sie gestorben ist. Geh mal zur Seite. Ich blitzel den. Ja, aber warum hast du das denn vor die geschlossene Tür geworfen? Moment. Nein, nein, nein. Ist das jetzt ein... Die war offen und die ging grad dann zu, als ich sie geworfen hab. Okay. Warte, ich hab so ein Ghostbuster-Ding. Ja. Hm. Vielleicht kann ich das hacken. Ich komm mal close. Warte mal kurz. Darf ich da mal eine werfen? Ja. Ich geh weg. Ich schmeiß mal oben in den, äh... Ah, Leute. Ah, ja. Macht Sinn. Gebiet gesichert. Ja, ja. Was war denn da drin? Ja, da kommen Tornados. Nix. Natürlich kommt Tornados. Die wollen meinen Tesla-Atom kaputt machen. Mein TT. Okay, unsere Objectives sind im Norden. Im Norden. Ja. Kann auch mal den Tesla-Atom platzieren. Ah, das ist auch mal Feuer. Wir werden ja schnell auch vorbei. Wir werden ja auch ein... Mandatom. Ja. Ja. Oh! 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 Ja, was denn? Schon nichts passiert. Alles gut. Oh, der Robbikalschlag. Oh! 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 Der Luftstoß an den Luft. Der macht das öfters. Ja. Ah, ja. 10 Sekunden lang. Ja. Leute, hier. Ich spawn euch auch mal eins. Ja. Ist ne neue Waffe. Schaut mal hier. Ja. Der Bogenwerfer. Aber... Ich dachte erst, boah, cool. So viele Bogen, ne? So viele Pfeile hab ich gar nicht. Aber... Lass dich mal überraschen. Hier. Links steht der Trabajo. Hier, hier, hier. Hier, hier. Schnapp dir das mal. Lugi, probier den mal. Probier den. Mamma mia, she sounds italian. Ah, ja. Willst du mal einen Granatwerfer ausprobieren? Äh, ne. Ich will die Waffe noch testen, ja. Okay. Probier ich dann links aus. Ich fand den Ansatz mit Sterben. Hier, ich bin auch in der Statur. Und den Helfer bürgen auch ganz gut. Ja. Versteh ich nicht. Nordwestlich. Äh. Okay. Achso, ähm. Da ist mein Tesla-Turm, ne? Pass auf. Ja. Oh, da kommen ganz viele Bots. Aber schau mal. Der Tesla-Turm regelt von hier. Sind schon kaputt. Tesla. T-T-T-T-Tesla-Turm. T-T-T-T-Tesla-Turm. Alter, ich mein Tesla-Turm kaputt machen. Das ist... T-T-T-T-T-T-Tesla-Turm. Äh... Typke, du hast... Ach, du hast Munition dabei? Ja, ich bin hier der Koffer. Hier. Oder magst du ein Jetpack haben? Nö. War's schon. Nehmt euch Muni. Ich bin Muni. Ich bin Muni. Muni. Ich habe Rasis-Muni. Tatsächlich. Wie denn? Äh... Hingehen und eh drücken. Eh... Das ist ja blöd. Ich kann ich irgendwie nicht ehnen. Ist noch ein Jetpack? Ich hab das, äh... Die Schlüssel gedreht. Und mein Umhang war die ganze Zeit vor der Kamera. Au. Einfach Fall nach oben, Tim. Irgendeiner von euch kokelt? Ja. So wie ihr. Okay. Ich hab ja so ein bisschen das Gefühl... Oh. Oh. Komm mal da hinten. Ich regle das. Geh mal weg. Ach, guck mal. Ich werf da mal ne Bombe drauf. Nee. Nicht. Ich hab da jetzt meinen Tesla-Turm hingeflübbelt. Ja, du würdest das alles weg haben. Ja, aber ich will gucken, was mein Tesla-Turm da regelt. Bevor du hier alles zerbombst, du. Guck mal. Fünf. Vier. Wirklich. Nein. Drei. Eins. Ja, dann mach halt dein Ding. Kostet ein wenig Demokratie. Okay. Mach ruhig. Hinter uns. Hinter uns brennt das etwas. Wuuuuh. Wie weit kann man runterfallen? Ich mag nicht runterfallen. Nein, ich muss die Weltkriege. Okay. Alter, da sind richtig viele Gegner. Ja. Krasse Waffe. Krasse Waffe. Wo geht das alles weg, da? Stopp die, dein, dein Bogenwerfer Stunt, die Gegner auf dem Gewinn. Das ist einfach krass, ne? Höllenbombe. Oh, da ist der Granate abgeschreit. Ah, ne glaube ich. Okay. Interagieren. Was kann man da machen? Hier we go again. Mal. Ach, das ist glaub die Höllenbombe, oder? Ja. Geht manchmal weg, okay? Okay. Okay. Habt ihr dieses Sprungpaket? Oh, es ist noch proben. Ja, ich muss da weggehen gehen. Alter, was? Okay. Ich hab dich weggepostet. Ich weiß auch nicht. Ich bin eigentlich selber gesprungen, aber meiner ist irgendwie umgefallen. Ich bin da nicht weg. Reicht es? Wollang? Ah, wir gucken uns die Ruine einmal an, würde ich sagen. Sieht sehr ruinig aus. Sehr ruinig, ne? Wir haben einfach alles weggesprengt. Wir haben alles ruiniert. Oh, Achtung, Achtung, das sind's. Oh, lol. Ruiniert. Lol, lol. Ja. Pass auf, ne? Das sind diese... Nicht unsere Minen. Aber krass, wie stark ist denn bitte so ein Tesla-Turm, möchte ich mal an der Stelle sagen. Ich laufe hoffentlich in unsere Minen rein, das wäre auch dumm. Ich hab da oben einen Tesla-Turm hingeworfen. Wir haben jetzt in der Basis sowas Gemeines. Oh. Boah, ich bin einfach ein Ghostbuster, ne? Los, Bastards. Fiii, Fiii, Fiii. Nicht zu nah, ne? Da ist ein Tesla-Turm, ne? Bis hier. Ja, aber was zur Hölle war das? Sagte gerade eben, Achtung, Tesla-Turm. Aber ich war doch ganz woanders. Ne, der ist da oben. War schon close, der hat dich schon gekriegt. Das Problem ist, wir müssen die Höllenbombe da. Ich versuch's mal. Ohne... Ja, aber der wird dich blitzeln. Der hat doch gerade Marco auch geblitzelt. Ja, was soll ich machen? Alles für die Mission. Alles für die Mission. Für die Demokratie. Wir müssen weg, ne? Ja. Oh, ich hab ne Railgun. Cool. Okay, ich glaub Stufe 2 ist auch noch ein bisschen lahm. Das ist völlig überlegen. Das fühlt sich doch nicht völlig überlegen an. Es kommen zu viele Gegner, um sich so zu fühlen. Jetzt hör auf mich zu mitten. Ja. Entschuldigung, Leute. Aber wir wussten nicht, wie krass die Bots sind. Vielleicht wären die heftig gewesen. Ähm... Mach die Lichter kaputt. Ich brauch noch das letzte... Ist das das war jetzt zu uns Depot? Was denn? Hä? Ich hab diesmal keinen gemacht. Das war jetzt zu uns Depot. Ja, das war nicht. Ich hab's gesehen. Was ist da hinten? Steht noch ein paar Sachen. Ja, ja. Das ist meiner. Oh! Guck mal, der hat ein rotes Ding geschaffen. Oh, ihr ist ein Geschütz. Das ist schlecht. Seht ihr das, Leute? Da oben? Kann ich pingen? Oben ist einer, der hat so ne... Oh! Ich weiß, dass der geholt hat. Das hab ich vorher gesehen. Das hab ich gemeint. Ach so. Ja, ich dachte mein schon, dass... Oh, oh. Ich bin abge... Pennt mal bitte weg, weil ich hab... vielleicht auszusehen zu nah, dass Napal den geworfen ist. Napal, renn weg, renn weg! Oh, what? Renn weg! Renn weg! Oh, ist so leid! Das war tot. Hätte ich einfach in dem Bunker bleiben sollen? Ich weiß es nicht. Hättest du das überlebt? Ich frage ein Freund. Das war knappe Geschichte. Ich find das echt lustig, dass wir noch ein neues Leben haben, ne? Ja. Wir können auch acht draus machen, ne? Nee. Wir müssen ja sowieso weiter, tatsächlich. Ach so. Aber nach Süden? Das war das Schlecht, Tim. Ich hab da grad... Da kommen Panzerabwehrminen runter. Warum... Warum laufen wir nach Süden? Weiß ich nicht. Marco hat das gesagt und Marco liegt anscheinend diese... Irgendwas Ding rum und dann... Ihr müsst gucken, wohin ihr tretet, ja? Da sind jetzt ganz viele Minen. Ist es das zweite Mal, dass die Napal in die Gruppe wirft in einer Mission? Ja, ist es. Nee. Bunker. War hier so ein Bunker? Stufe 10. Stufe 10. Möchtest du mit meinem Bunker-Body sein? Ähm... Ja, nachdem ich meinen Tesla-Turm geworfen hab, ja? Natürlich. Aber ich hab schon den Punkt. Äh, Schatz, oder ist ein Tesla-Turm? Geh mal, Vicky. Okay. Ich komme. Okay, Tim ist dein... Dein Buddy. Ich mach das schon. Ganz viele Medaillen haben wir. Oh, geil. Die, 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 die. Sechs Stück einfach hier durch den Bunker bekommen. Ich möchte mal kurz an der Stelle nochmal meine Weitsicht loben. Ich hab ja nie Napalm mitgenommen, weil ich euch nicht, äh, töten wollte, ne? Ich hab so'n kleinen Beweis, dass das ne gute Entscheidung war. Ähm... Okay. Ähm... War wohl ne gute Entscheidung. Ja. Das jetzt nicht gemacht zu haben. Ja, ja, ja. Und jetzt, wo ich Napalm habe, seid ihr des Lebens nicht mehr froh. Ähm... Ich find's... Ah, ja. Ja, ich find das Biom ganz cool. Ja, ne? Warst du hier schon mal? Ähm... Das sagt mir irgendwie nix. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Level 2 ist. Dass das alles so verwinkelt ist und so, aber... Schon cool. Ja, ne? Ey, guck mal, hier ist was Goldenes. Eine weitere Probe für die Demokratie. Treibstofflager zerstören. Okay. Ich muss mir das in die Bombe wiederholen. Supercredits. Ich hab, äh... Übercredits sogar sind das. Das sind die krasseren Supercredits. Okay. Wohin? War ich eben? Okay. Also kein Testaktor. Ganz schön. Tim... Das ist nicht ganz kaputt, da brennt nur. Tim, willst du... Ich mach mal die 500k Bombe. Okay. Tim, möchtest du mal mein Bogengewehr probieren? Hm, ja. Ja. Da neben dir. Ich hab das gerade ab. Das ist ganz cool. Du bist so ein kleiner Ghostbasti. Oh. Ist ne Flair. Hm? Ist ne Flair in den Lücken, ne? Eine Flair? Wo denn? Schaut euch mal das Dropschiff an, was da jetzt kommt. Ja. Ich bin leer! Oh! Geboom. Ja, schick. Aber es sind trotzdem... Es ist noch einer. Oh, es ist noch eins. Okay. Das Granatwärm ist auch nicht gut. Oh. Oh. Er wird... Er wird geschützt! Er ist schütz unterwegs. Oh, Feuertäume. Tun wir los. Okay. Okay. Hm. Ich fahre den ganzen Berg runter. Ja, man putzelt richtig lang, ne? Ja. Oh. Leute. Alles. Alles. Wirklich alles. Geht dem Bach runter. Ja, Napalim ist links auch. Vorsicht. Napalim ist voll drin. Nice. Ich bin mit dem Jetpack reingesprungen, da konnte ich nicht mehr für pausieren. Geht dem und getötet. Das war auch die erste, die erste Kugel hat mich sofort erwischt. Oh, kannst ein gutes Stück links davon laden, weil sonst machst du meine Rakete kaputt. Dankeschön. Hi. Wir sollen das zerstören, ne? Aber es ist immer noch nicht kaputt. Das ist der Orbitalpoll. Ja, dann müssen wir jetzt so eine Mega-Formel brauchen. Wir können gerne noch mehr Napalm reinwerfen. Hab ich. Oh, naja, kommt noch was. Ich kann ja auch eine 500k-Formel noch reinwerfen. Schaut, bei mir ist das kaputt gegangen. Ich hab getroffen, würde ich sagen. Ja, ne. Ja, ne. Ganz schön heiß hier, ehrlich gesagt. Schaut mal, meine Rüstung ist ein bisschen angekokelt. Oho, Achtung, Achtung, hinter dir, hinter dir. Oh. Feuer ist in Ordnung. Ja, ja, mein ich doch. Meinte ich, den meinte ich. Spring. Der folgt mir, Kevin. Ja, bitte Luftunterstützung. Folgt der mir oder dir? Also, ich seh nur Feuer. Oh, what? Geh mal zur Seite. Ich werd hier verfolgen von Viechern. So, jetzt einfach. Okay. Geh mal zusammen. Ich geh einfach mal rein in die Burg. Ja. Ich hab ein Fessler-Tor. Wer, wer hat versucht durchs Feuer zu laufen? Hä? Ich hör's nur. Tim, nix, nix. Ähm, da war niemand. Okay. Bäh. 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 Oh mein Gott. Wiii. Lass mal hier vorne kurz das, äh. Awww. Oh, hier kommen noch mehr Gegner. Ja. Fript ist reich. Bäh. Ah, nice. Dann kommen wir einfach wieder. Na, was sind wir noch? Wir machen ihn. Ah, das macht die Mitte. Ja. Jemand schreit da schon wieder hinter mir. Ja, ich war in einem Wesentlichen. Okay. Bäh. 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 Ich bin auch in einem. Ohh, ich bin leider verbrannt. Nooo. Ohh. Äh. Ich schmeiß dich zu den andern. Oah, ne. Ja. Ja gut. Ist schlecht. Ciao, Wiebke. Bis dann. ...Antrager bestätigt. Versteifung wurde los. Bis dann. Ich hoffe, ich bin zeitlich im Feuer gewandert. E02, jetzt oder? Hö�geschatz. Okay, wo ist denn meine Waffe? Oh, richtig weit weg. Soll ich denn da vorbei? Das ist überall Feuer. Oh mein Gott. Irgendwo bei euch ist meine Leiche. Ich komme. Der bei mir. Oh, da war gar kein Feuer, wo ich lang gelaufen bin. Man musste hier durchspringen. Alter, das ist ja ein Kampf. Jetzt treiben. Ich habe da ein Jack-Bank gefunden. Du musst hier hechten. Hecht? Evakuierung verfügbar. Das war ja eine sehr tolle Idee, Leute. Warte, warte, warte. Soll ich dir die mitbringen? Hallo? Sie muss auf die andere Seite. Ja, ich kann dir die ja wegwerfen. Warte. Warte. Bär das schön. Danke, dankeschön. Wo ist mein Staff? Der Rest ist hier. War das Jack-Bank dir? Ja. Okay. Was ist das denn? Das ist ja cool. Kannst du behalten. Kannst du behalten. Ich habe ja schon. Nicht genau eins. Achso, warte. Achso, Jack. Bestätige. Ich nehme mich natürlich auf. Danke. Was müssen wir hier eigentlich noch machen? Äh, abhauen. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Secondary haben. Ähm, warum nicht. Wir haben ja einen Radar gemacht, da müssen wir eigentlich alles sehen. Okay. Gehen wir mal einfach drüber fliegen. Bin aber ein bisschen eingekesselt. Quatsch. Oh Gott. Hier so links könnte man langlaufen. Ja, einfach hier hoch. Okay. Wo genau? Wo müssen wir hier hin? Grüne Markierung, Kompass. Osten. Oh, Jim. Okay, Jack-Bank macht die Flammen nicht weg. Komisch. Ich hole mir das Jetpack ganz sicher jetzt nicht mehr. Aber, aber es macht doch eigentlich Sinn, wenn man fliegt, der Pfadwind macht doch die Flammen eigentlich aus. Ja, aber macht der Pfadwind nicht auch mehr Sauerstoff? Naja, aber es ist ein Flammen-Tornado und das... Weiß nicht, wie das hier funktioniert mit dem Feuer und so weiter. Was ja alles in der Luft ist. Und hier vorne ist der Jetpack hier. Ich bin schon weit weg. Ich laufe einfach. Manche Leute sind halt so abgehoben für mich. Naja, das Fuß... Das Fußvolk muss noch laufen. Das Fußvolk ist immerhin geerdet. Vorsicht, ich schmeiß da noch ein paar Sachen hin, ne? Ach so, okay. Bodenständig. Wer ist denn da schon wieder gestorben? Ich würd grad da wegrennen. Ich schmeiß dich da wieder rein. Ja. Also... Kann es sein, dass wir die Level 2er Mission nicht schaffen? Wir haben ja noch 5 Rekruten. Ach, das ist ein Quatsch. Wir haben die eh schon geschafft. Wir haben die eh schon geschafft. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Vordere Evakuierung an. Okay. Ich komme. Okay, komm. Ich werfe noch so einen Testaturm hier drüben. Aber es war wirklich sehr entspannt. Sehr schön, ne? Oh, komm mal gegen nach. Ich komme hier nirgendwo hoch. Äh, ich glaube ich habe einen Fehler gemacht. Ne, doch nicht. Easy. Gut. Ich bin gerade gesprungen. Wir benötigen ein Geschick. Wir benötigen ein Geschick. Wir benötigen ein Geschick. Ich bin gerade gesprungen. Wir benötigen ein Geschick. Wir benötigen ein Geschick. Na ja, komm. So ist ein cooler Türbombe. Kommt euch. Kommt euch. Ich habe einen Testaturm gemacht. Uuuuh, ein großer. Okay. Ey, hier geht alles rauf, ne? Ich glaube, ihr braucht mich gar nicht. Oh. Oh. Wer hat denn gerade los? Wer hat denn gerade los? Gar nicht so cool. Ah, nichts, nichts. Ist draufgegangen. Uh. Nein. Ist irgendjemand von euch gestorben. Oh. Oh. Okay. Sieht doch gut aus, oder? Wo ist jetzt? Oder? Ja. Oder? Oder? Ja. So, da werfen sie noch einen randomen Nachholen herunter. So. So. Die Gegner. Ja, guten Morgen würde ich sagen. Ja. Alles explodiert hier, ne? Alles explodiert hier, ne? Oh, ja. You're right. I have to sleep. You're right. I really should sleep. I tried to finish a music video. From my run and flick version, you know? I tried to kill you. Look at this. I love it so hard. It's so long. Ja, come on. Er kommt an? Ja. Oh. Alter. Fast schon wieder gekillt worden. Komm rein. Sehr knapp. Ja, GG würde ich sagen. GG. Ja. Ja, GG. Ich bin schon. Bam, bam. Alter. Nein, hey. Spiele 1, Gott, bist du. Ihr wisst Bescheid, Leute, ne? Also Stufe 2 ist für uns genauso hart wie 10 offensichtlich. Man scheidet. Wir unterscheiden nicht zwischen 2 und 10. Könnt ihr mal sehen. Könnt ihr mal sehen. Wir sind einfach so gut, dass wir... Ja, genau. So gut. Auf genau dieses Wort wollte ich hinaus. Überragend. Ja. Wir sind überragend. Ich glaube, wir sind überragend. Und erster Platz schon wieder. Aber wir haben... Ichi, 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 XB... Oh! Reicht zum Level ab. Oh, mein Gott. Sehr schön. Tja. Aber man wird ja total schnell Level 50, wenn du die ganze Zeit nur die Level 10er machst, ne? Ja. Es gibt zwar zwei Level. Ja, aber das steigt dann ja schon irgendwann mal. Okay. Rein da. Stufe 10. Nein, Quatsch. Spaß. Spaß. Kann man sich ja rantasten wieder. Oh, ich wette. Ich habe am meisten Leute gemuckst in meinem Tesla Tour. Ich bin echt gespannt, was wir alles an Team Schaden gemacht haben. Ja, und vor allem wieviel Unfälle? Ich glaube, ich wurde ein oder zweimal von... Ah. Ich bin fünfmal gestorben. Sieben Unfälle, die Wiebke. Ich habe... Alter, wir haben sieben Unfälle. Ich habe euch gesagt. Ich habe euch gesagt. Tesla Tourm. Ich habe auf jeden Fall euch, glaube ich, nicht angeschossen. Aber Leute... Das ist auch echt eine Ansage. Hahaha. Treffen schmerzen braucht man nicht. Oh, Schnee. Ja. Oh, ich bin wieder sauber. Guck mal. Ja, witzig. Nice. Gegen sie hatten diese Bugs keine Chance. Achso, ja. Okay, wir hätten hier getötet. Stimmt, ja. Aber es war schon Leben am Limit, ne? Muss man ja schon sagen. Es war schon wirklich hart. Also wir hätten es fast nicht geschafft. Es wäre heute so witzig gewesen, ne? Stufe 10. Kein Problem. Stufe 2. Buch verloren. Das wäre... Boah, ich bin auch sehr müde gerade. Ja, ich gehe, glaube ich auch direkt. Ich gucke da nicht noch rum. Hm? Ich... Ich... Ich broster nicht noch rum. Oh... Ich hab dich nicht verstanden. Bist du müde? Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade das Spiel beendet. Achso, dass du rausgehst. Ja, tut mir leid. Ich vergesse immer, dass ihr rausfliegt. Leider. I'm sorry. Na, ich wollte es jetzt aber auch... Ich wollte es auch gerade schließen, ne? Oh, das ist mich tatsächlich am Schließen geändert. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid. Huch. Ja. Sollte ja auch besser leid tun. Oh mein Gott, Tim will streamen. Soll ich dich raiden? Nein. Wow. Was für ein unverschämter... Ja, sorry, dass ich auch schlafen will. Mensch, du bist. Hm. Sehr gut. Gibt's mal die Tage, wo wir unverschämt sein darf. Oh! Dann raide ich den... Den Otto. Der streamt gerade. Dann machen wir das so. Okay, Leute. Ich sage Dankeschön fürs Angucken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gute Nachtwort an euch alle. Ihr seid die Besten wirklich. Ja. Danke auch nochmal für den ganzen Support und eure Liebe. Und Hypetrain und was wir auch alles heute geschafft haben. Ich will eben das Nachtwort einfach auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Ich will auch. Gute Nacht. Ouh? Gute Nacht. Gute Nacht.